Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Und wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg, unser Raumschiff, also sein Raumschiff hier zu retten. Und vorher eins nochmal, ich zeige euch mal kurz die neuen Machtfunktion, die ich jetzt hier habe. Wie ihr sehen, neu dazugekommen ist jetzt der Geistertrick auf Stufe 1, den ihr euch hier natürlich durchgucken könnt. Und Sprung Level 2 weiß ich nicht, ob ich es euch in der letzten Folge gezeigt habe, aber es ist nicht so schlimm. Ich zeige es euch jetzt einfach nochmal. Gut, der Geistertrick ist im Endeffekt eigentlich eine ganz coole Sache. Ich zeige euch mal, was der macht. Da drüben sehen wir jetzt hier gerade so einen Viech. Ah, so ein Typ. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Erstaunlich. Da. Und der konnte uns jetzt gerade nicht mehr sehen. Oh shit. Ach gut, ich dachte, der ist jetzt gerade vorher reingerannt hier. Ich nehme die mal hier rein. Jetzt geht es da. Einmal rüber, bitte. Ja, die Mission wird noch lustig, Leute. Die ist wirklich lustig. Ah, da ist ja mein Baby. Ja, ich hoffe, die haben sich gut um sie gekümmert. Ich brauche nur eine Minute. Da hat das Schiff die Lady Glack finden. Ja, das haben wir ja gemacht. Wie sieht's aus? Sieht nicht so aus, als könnten wir hier einfach wegfliegen. Das Schiff ist mit Monethalterung befestigt und dazu haben sie noch einen starken Fangstrahl aktiviert. Damit würde ich klarkommen, aber das löst noch nicht das Hauptproblem. Der Eingang zur Startrampe ist verschlossen und sie werden ihn nicht öffnen, wenn wir höflich darum bitten. Du musst die Flugsteuerungszentrale finden und die Tür zur Startrampe öffnen. Du machst dich besser gleich auf den Weg. Ich schätze, dass wir uns hier in Kürze auf Besuch einstellen können. Viel Glück all. Danke lang. Gut, ihr habt's gehört. Wir dürfen uns auf Besuch einstellen. Ich freue mich natürlich immer drauf, mit anderen Leuten zusammenarbeiten und zu spielen zu können. Wir dürfen jetzt hier gleich ein paar Leute ausschalten. Lassen Sie mich hier so eines Problems später sonst. Lieber jetzt als später, sage ich da immer. Sind wir noch nicht da? Anscheinend kommt jetzt später. Das ist gut. Aber ein schlecht zugleich eigentlich. Also können wir schon mal dieses Terrain ein bisschen absuchen, weil wir später hier sowieso noch rein müssen. Gut. Ähm, und? Wow, 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 wow. So viel zum Thema. Da sind noch welche. Okay, gehen wir mal da rauf. Da springen wir einfach mal hier rauf. Und dann zack. Hoch. Sind wir hier drauf. Und jetzt können wir da hinten erstmal diesen Typ da ausschalten. Weg ist er. So, jetzt ist er auch weg. Super. Oh, shit. Den habe ich noch gar nicht gesehen hier. Passt mir mal gut, dass wir jetzt den gerade noch gesehen haben. Sonst wäre er später ein Problem geworden. Natürlich war das jetzt hier nicht der Einzige. Es sind noch mehr Leute, um die wir uns noch kümmern dürfen. Zum Beispiel der da hinten. Jetzt auch nicht mehr da ist. So. Ähm, gucken wir mal, wo noch einer... Ah, da hinten, genau, die dort. Die wären später auch nur ein Problem noch. Oh, shit. Und die natürlich auch hier. Ach, ein bisschen Lebensenergie verloren, aber das ist schon okay. Um die können wir uns später noch, denn wir müssen da erstmal rüberkommen. Das wird lustig. Äh. Wie konnte ich mal Waffen... Äh, ich darf einen Inventar auswählen. Nein, das war es nicht. Hier war es, genau. Da. Den brauchen wir nämlich. Denn gleich wird es dunkel, Leute. Das ist sogar so dunkel, was für mich zu dunkel ist. Ja, ich glaube, mir fällt gerade auf, wir können mal die Sprache ein bisschen höher stellen. Hier, da ist schon fast ganz oben. Ich stelle mal die Effekt-Lautstärke ein bisschen runter. War ich ja, Lando gerade eben gar nicht verstanden. So, mindestens ging es mir so. Shit-Suite wollte ich gar nicht aktivieren, aber egal. Ähm, das haben wir jetzt auch geschafft. So, ich stelle mal hinten noch die Batteriezelle. Brauchen wir nicht. Super. Und jetzt brauchen wir natürlich hier den... Ohne ihn würden wir das gar nicht sehen. Ihr seht der jetzt schon. Ohne die Brille würden wir hier gar nichts sehen. Das wäre echt scheiße. Das war natürlich auch nicht. So, natürlich. Er schießt ein einziger und dann werden alle gesehen. Äh, alle sehen uns natürlich. Ja, okay. Wir haben jetzt zwar ziemlich schon ein Bruster ausgeschaltet. Viele dürfen nicht mehr sein. Zwei, drei Leute noch. Hier unten müsste einer sein. Oh, der ist nicht tot. Und hier noch einer. Das ist nicht so schön. Das versuchen wir nochmal. Denn das kriegen wir besser hin, Leute. Ah, ja, ja, ja. Irgendwie. Ich weiß nicht, Spack. Das Spiel in mir in der Zeit warum, wenn ich laden möchte. Hm. Was ist denn da los? Jetzt geht's wieder. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie. Ihr habt ja gerade gesehen. Ich hab ja kurz geladen hier. Mal separat. Ist natürlich in einigen Szenarien äußerst scheiße, wenn das so läuft. Vor allem jetzt, wo wir den Sniper nicht mehr ausschalten dürfen. Gut. Äh. Das machen wir jetzt auf dem anderen Weg. So. Bam. Ich werde sehen, was ich mache. Ich schalte mich jetzt hier auch mal aus, bitte. Der ist weg. Und. Der ist auch gleich weg hier. Na, komm. Super. Der ist auch weg. Danke, Kyle. Ich sollte jetzt durchkommen. Keine Ursache. Dort ist ein Semelando übrigens. Vorsichtig. Ja, genau. Vorsichtig. Kannst du dich auch mal. Gut. Das war Glück gerade. Es ist aber echt krass hier. Aber nur hier, weil wir uns jetzt hier alle gesehen haben. Ja, aber ist okay. Ich habe euch nicht weiter. Ja, 102. Jetzt lädt er bestimmt hier etwas länger. Werd ich mit euch. Ja, wir sind durch das Prinzip wieder gar nichts. Ja, genau. Ey, was ist denn hier heute los mit meinem Computer? Es ist ja erschrecklich. Also, ihr müsst wissen, ich habe vorhin fünf Minuten warten müssen, damit Mozilla Firefox startet. Also, das ist ja schon echt heftig. Ich glaube, ich muss den einfach mal wieder reinigen. Ein bisschen herzen Müll runterschmeißen von dem Teil. Gut. Jetzt macht sich übrigens gleich der Geisterdreck bezahlt, Leute. Ach, leckt mich. Das will ich jetzt nicht. Ach, Mann. Ey, das gibt es doch nicht. Jetzt muss ich den Scheiß doch wieder neu laden. Ne, dann machen wir es jetzt anders. Wir haben es über Granaten spielen. Nein, wir haben ja hoffentlich noch welche. Ich weiß es jetzt nicht. Aus dem Kopf. Aber hoffentlich haben wir noch welche. Dann werden wir das damit machen. Gut. Ist ja grausam hier. Normalerweise Ladezeiten von einer Sekunde oder zwei. Und jetzt auf einmal schon 20. Ich habe wieder zu hohe Ansprüche. Na? Das gefällt mir. Mann, ey. Das gibt es doch nicht. Super. 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 Da haben wir den ausschalten können. Ah, super. Das finde ich richtig gut. So. Muss er... Oh. Na toll. Ah, save often and save early würde sich hier lohnen. Aber nein, natürlich muss er wieder anladen. So ein Shit auch. Ach, das ist ja schrecklich hier heute. Das Wort schrecklich hier. So. Den Scheiß gucke ich mir gleich nochmal an, was das Problem ist. Der ist weg. Jetzt speichern wir schnell mal. Sonst können wir das noch ewig versuchen. Aber wir haben es geschafft. Der ist weg. Und hier nehmen wir noch mit. Kriegen wir noch ein bisschen Schildenergie. Äh. Äh. Wir haben die Versorgung für unser Ding jetzt hier. Aber nein, wir haben ihr Leben verloren. Und dürfen das Ganze nochmal machen. Yeah. Und natürlich muss sie ja separat warten. Es war viel zu viel Leben, was wir verloren hatten. Es ist aber eigentlich nicht so. Ich werde mir ein paar später verknüpfen. Ich werde ein Vorbeirennen. Und das wahrscheinlich nicht treffen. Mann, ey. Das ist doch zum Kotzen hier. Ihr müsst wissen, es ist ganz schön kompliziert, dieses Spiel aufzunehmen. Weil man immer das Spiel beenden muss, um weiter aufzunehmen. Weil... Ah, ich jetzt hier drauf drücke. Seht ihr jetzt vielleicht gerade. Ähm. Ich kann nichts machen. Ich kann alles auswählen. Aber im Endeffekt hat das Spiel Priorität. Und deswegen... Muss man da aufpassen. Natürlich. Kannst du dich mal... Du kannst dich mal arschen. Nicht, dass hier nochmal ein Problem wird. Schreibt mir den gleich aus. Mann, ey. Das... Das wäre alles halb so schlimm, wenn er nicht die Ladezeiten so lang wäre. Mein Gott. Ich fluche bestimmt schon zu 20 Mal jetzt gerade über die Ladezeiten. Schreibt es mal in die Kommentare. Zähl mal bitte einer mit. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, wie oft ich in dieser Folge darüber fluchen werde. Das war nicht das, was ich wollte. Jetzt. Vielleicht mal. Wollt ihr mich denn verarschen? So. Stürmen wir das eben alles hier. Gut. Der ist weg. Super. Der ist auch weg. Oh, jetzt ist es nämlich lustig hier. Guck ab. Der ist auch weg. Bam. So muss es laufen, Leute. Cool. Läuft da noch immerhin ein Schwert mit rein. Auch geil. Oh, jetzt wird es gleich richtig lustig. Da werde ich einige Mal neu laden müssen. Das freut mich schon. Oh shit. Wo kommen die alle her? Ich habe die doch vorhin hier abgeräumt. Das ist genau diesen Grund. Egal. Der ist jetzt nochmal weg und fertig ist. Jetzt wird es gar nicht richtig lustig, Leute. Und dafür brauche ich wieder Granaten. Denn wir haben jetzt gleich mit vielen, vielen Leuten zu tun. Wir haben ein bisschen Tricks wieder. Vorher ein bisschen Kontaktminen verstreuen hier. Hey Kumpel, gut, dass du es geschafft hast. Leider haben sie das Schiff nicht aufgetankt, aber das dauert nur ein paar Minuten und dann sind wir weg. Wie gesagt, es wird jetzt... Na toll, ich werde mich nicht wieder hängen. Und Falk deswegen auch. Also ihr seht ja gerade, es ist schnell. Ich hätte wahrscheinlich noch mit Geschwindigkeit arbeiten müssen. Und wer hätte hoffentlich die Kontaktminen zur richtigen Stelle positionieren. Ich möchte nämlich diese Kontaktminen... Die brauche ich später noch, sagen wir mal so. Es laufen später so viele Gegner noch rum hier. Und das ist nur Präventivmaßnahme. Denn die brauchen wir doch, die Minen. Das glaubt mir. Die brauchen wir. So. Hey Kumpel, gut, dass du es geschafft hast. Beide haben sie das Schiff nicht aufgetankt, aber das dauert nur ein paar Minuten und dann sind wir weg. Das gibt es doch nicht hier. So, das haben wir geschafft. Okay. Hey, hier läuft durch meinen eigenen Kontaktminen. Bist du aber auch ein Held wieder. Nein. Super. Wow. Oh, das war knapp. Die Armate drüben war gerade sehr gefährlich. Augen auf. Erste, die müssen wir versuchen, Lande zu retten hier. So, bist du da hinten? Bist du? Wo ist unser letzter? Hier war noch einer. Da kommt noch mehr. Gut, verstehe. Gehen wir hier rein wieder. So. Und weg mit dem. Oh shit. Ah, eigentlich geschafft hier. Super. Ihr wisst gar nicht, wie schnell Lande du eigentlich stemmen kannst. Das erstaunt mich jetzt, dass ich das so relativ freiwillig gerade gepackt habe. Na gut, das wird lustig. Ähm, gehen wir mal hier rüber und wollen erstmal uns die Bacta-Tanks drüben holen, die wir gesehen haben. Kleine Dinger dort. Und die Schilder natürlich auch. Einfach nur einer? Na toll. Oh. Das ist so gefährlich hier. Du fragst es mal am besten. Doch. Das war und jetzt würde ich einfach mal einstellen, ein bisschen Leben holen und dann müssen wir jetzt gleich was erledigen, Leute. Wir müssen zum einen hier drüben, wir sehen uns ja, die Tore aufmachen. Das ist eine unserer Hauptaufgaben, der wir uns jetzt widmen werden. So. Toll, hier war nochmal Schildmagie. Hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Egal. Ah, ich brauch's jetzt doch wieder. Denn ich habe keinen Bock nochmal neu zu laden. Nicht bei diesen Ladezeiten. Wollt mich doch... Aber ich werde natürlich dazu gezwungen. Gibt's ja nicht, ey. Nein. Das ist doch so ein Scheiß wieder. Das ist doch wieder so ein Scheiß. Na gut. Ah, das war gut. Super. Freike. So. Ich muss erst mal die hier drüben befähigen. Damit öffnen wir übrigens eine Hälfte des, ähm, des Hangars. Weil wir dann... Dann rausfliegen können. Deswegen gehen wir jetzt hier wieder rein. Und wieder zurück. Wieder raus hier drüben. Und dann... Ui. Sie sehen, die eine Hälfte ist jetzt offen. Die andere Hälfte wollen wir auch noch aufkriegen. Darf ich mir jetzt auf die andere Seite gehen? Müssen wir diese Kiste dort wegschieben. Erst dann sehen wir die. Da war es Schub. Genau. Schub. So. Zwei Backeltanks. Ich wusste doch, da war noch welcher. Hier unten rein. Das war knapp. Gerade eben. So. Er ist tot? Okay. Okay. Der ist auch weg. Und jetzt können wir natürlich die benutzen. Noch einen Pactatank mitnehmen. Super. Und die andere Hälfte öffnen. Okay. Treibstoff. Dafür müssen wir jetzt gucken. Wir haben hier irgendwo unsere... Wo ist ich noch? Irgendwo kann ich noch mal sehen, was für einen Treibstoff man braucht. Genau. Das Zeichen und das Zeichen brauchen wir. Anscheinend, oder? Ja. Irgendwie sowas war da. Nein. Hier sehen wir es. Da. Das X. Das brauchen wir da drüben. Ist der andere. Da kann man das erkennen. Jetzt wird es gar nicht lustig. Weil draußen sind schön viele Sniper. Egal. Vorne war auch einer. Ah. Vorne. Der rote war genau... War das andere Zeichen. Wir haben gerade gesehen. Dieses X brauchen wir da. Und... Das Teil hier. Okay. So. Jetzt dürfen wir uns wieder hier durch die Straßen vorne nach Schall aus snipen. Da seht ihr es doch schon. Schön die Klöten weggeschossen. Mit einem Snipergewehr. Muss bestimmt schmerzhaft sein. So. Weg mit dir. Der habe ich jetzt zwar getroffen. Aber es ist mir auch egal. Wow. Der ist weg. Und... Jetzt ist er auch tot. Was ist denn? Ah. Da hinten. Genau. Hier ist er. Den sieht man sonst gar nicht. Das ist echt fies manchmal, wie die hier platziert sind bei Jedi-Meister. Als Schwierigkeitsgrad. Braucht sich eigentlich keine Sorgen mal. Er trifft sowieso nicht. Aber wir sehen jetzt hier drüben diese Dinger hier. Da füllen wir jetzt einfach die Zeichen ein. Die wir hatten. Doch nicht. Okay. Was ist das hier? Scheint. Ah. So was. Jetzt können wir verschwinden. Zurück zum Schiff. Und nichts wie raus hier. So. Aber wenn ihr dachtet, dass das schon alles war. Ich freue mich auf das, was gleich kommen wird. Ähm. Schildenergie mitnehmen und weiter jetzt. Freut euch doch noch auf das, was kommt. Denn wir sind noch lange nicht fertig. Ihr erinnert euch vielleicht an den Raum, in dem wir da hinten drin waren, wo wir diesen Nachtsichtbrille brauchten. Da kommt nämlich gleich was Schönes. Freut mich drauf. Wir haben übrigens auch ganz nett gemacht, dass jetzt hier die Schläuche abgemacht wurden, nachdem wir fertig getankt haben. Finde ich cool. Also zumindest an sowas auch denken. An so eine kleine Details. Jetzt sammeln wir jetzt hier mal bitte ein bisschen die Waffen ein. Haben wir da ein bisschen Munition. Das ist super. Okay. Okay. Wir können verschwinden. Das klingt doch nicht gut. Das glaube ich nicht. Das ist nicht meine Schuld. Oh oh. Wir haben Gesellschaft. Schnappt ihr besser die Waffe und halt sie auf. Ich habe das hier am Handumdrehen erledigt. So. Unser Vetter Rodiana ist auch wieder mit dabei und den müssen wir jetzt töten. Den werden wir auch zuerst ausschalten. still weg damit hier. Bam. Schön in die Eier. Hö, hö. Ich arbeite einen Plan aus, wie ich Dessan und seine Freunde von den Hinterbliebenen aus meiner Stadt bekomme. Wenn ich genauer darüber nachdenke, Tevion, töte sie. Kyle! Oh! Kyle, wach auf! Nein, Jen! Kyle, bist du in Ordnung? Ist schon okay. Gut, als du geschlafen hast, habe ich den Stützpunkt der Neuen Republik auf Sallust angefunkt. In der Vergangenheit waren sie nicht sehr interessiert an unserem kleinen Schmugglerproblem, aber nun, da sie wissen, dass die Hinterbliebenen dahinter stecken, werden sie munter. Eine Einsatztruppe sollte in wenigen Stunden auf Bespin eintreffen. Nein! Ich dachte, du wärst glücklich, dass... Dessan wird ihnen entwischen. Dann schnappen wir ihn uns eben später. Dessan ist nicht so wichtig wie die Ordnung in der Stadt. Jen ist tot, Lando. Dessan und sein Speichellecker haben sie umgebracht. Oh, es tut mir leid, Kyle. Okay, okay. Wir werden Folgendes tun. Ich setze dich auf den unteren Ebenen ab. Es wimmelt dort wahrscheinlich von Truppen der Hinterbliebenen, also sei auf der Hut. Die Chancen stehen günstig, dass Dessan von einer der Fahrtrampen über Ebene 10 aus operiert. Um dorthin zu gelangen, benötigst du den richtigen Zugangscode. Versuche Carbonit-Kammer Nummer 17 zu finden. Ich habe dort eine alte R5-Einheit versteckt, die über die Codes aller Laderampen in der Stadt verfügt. Du hast schon immer für den schlimmsten Fall geplant. Jedenfalls noch mal im Zusammentreffen mit Vader. Ich werde mich nach oben begeben und ein paar alte Freunde von der Sicherheitstruppe zusammentrommeln. Wir kommen dir dann von oben entgegen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir Dessan, bevor die neue Republik hier eintrifft. Ja Leute, das war es dann eigentlich auch schon wieder für die heutige Folge. Wir dürfen noch ein letztes Mal die lange Ladedauer begeistern hier. Ich möchte um das abspeichert vorher. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten Levels, die kommen, denn die werden richtig, richtig geil. Die machen mir immer schön viel Spaß und ich freue mich immer tierisch drauf, denn nichts ist geiler als die Wolkenstadt. Ihr müsst leider wissen, dass ich die Musik jetzt nicht mit der Runde ausschneiden, aber egal. Ich werde es sowieso jetzt hier an der Stelle beenden und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Eure Meinung ist mir also wichtig. Schreibt es in die Kommentare. Auch Tipps, Kritik und Anregung sind wie immer erwünscht. Also rein damit los. Und in dem Sinne verabschiede ich mich wieder von euch. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal.